Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrot. Also wir haben indische Panzernashörner, da ist eben der Unterschied zu den afrikanischen Nashörnern ganz leicht für den Laien zu erkennen, die afrikanischen Nashörner haben diese markanten Zweihörner an der Nasenspitze mehr oder weniger und die asiatischen Nashörner haben mehr oder weniger nur ein Horn und sind auch vom Körperbau ganz anders und der Panzernashörner unterscheidet sich optisch durch diese Hautplatten, was man eben als Panzerplatten bezeichnet, vor einem afrikanischen Nashorn. Das Nashornhorn ist nicht zu vergleichen mit dem Horn der Rinder oder mit dem Geweih der Hirsche, das ist wieder etwas ganz eigenes, in Wirklichkeit ist es nichts besonderes, das sind einfach so verklebte Härchen, um das einfach zu erklären, die sich dann eben verkleben und dieses Horn bilden und das wächst auch das ganze Leben und wächst halt immer wieder von unten nach. Also in Wirklichkeit nichts besonderes, nur manche Menschen auf dieser Welt finden das halt leider besonders und für die chinesische Heilmedizin wird das sehr viel verwendet und deswegen sind eben auch sämtliche Nashörnarten bejagt und stark bedroht. Musik Vergesst jetzt nicht zu abonnieren, eine Frage in die Kommentare zu schreiben und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat.